BEEP 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 Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Arcade Wir spielen Last Strike 1338 Jawohl Oder 1-3-3-8 wie man es auch immer sagen will Lang ist es her seitdem mal wieder im Video kam Und jetzt kommt auch wieder StarCraft Das liegt daran, weil ich bin dann heute nicht wirklich gesund Also gestern, ich lade das ja Dienstag hoch Ich bin, ich weiß nicht mehr, total trümelig Und schwindelig, nicht trümelig Das schweizerdeutsch, das glaube ich Ich weiß nicht ob es auch im deutschen Dialekt gibt Wo man das so sagt, schwindelig Und ja, ich probiere jetzt aber trotzdem ein bisschen was zu spielen Und heute kommt ja noch GTA 5 raus Aber ich habe Frühschicht Das heißt, werde ich heute wohl nicht mehr zocken Werde ich morgen Dienstag streamen Also wer dabei sein will, sollte auf meinem Stream vorbeischauen Wenn alles funktioniert Und natürlich werden dann auch Videos folgen Keine Angst Aber ich denke, ich werde trotzdem mal weiter StarCraft spielen Ich werde euch dieses Wochenende an einer LAN-Party Ich wollte weiter Ich habe zwar richtig schlecht gespielt Aber ich habe so gut wie nichts geschlafen Zu viel Red Bull getrunken Ich glaube, dass das das jetzt ein bisschen an mir zieht Das ist gut möglich Aber ja, ähm Wir spielen den StarCraft Ich bin Zerg Wir spielen... Okay, wir gehen ja so gleich So Was habe ich immer gesagt? So Hier So Mal kurz schauen was passiert Also eigentlich mein Team jetzt machen Mein Team jetzt machen Wollt zuerst hier mal Äh Hallo Mein Extractor Bis hier Ein Extractor rein Das ist viel zu hoch Aber ich kann den Mund nicht runter schrauben Irgendwie Irrege die Kacke nicht Okay, danke, die helfen mir schonmal Äh, ich brauche mir wahrscheinlich erst mal hier Ich brauche mir wahrscheinlich erst mal hier Ich brauche mir das Komm X ist das Okay, X Ne, was ist das? Ich habe mich jetzt gebraucht Was ist denn? X? Achso, in E ist es Achso, in E ist es Achso, okay Ich brauche mal Oh, jetzt haben wir noch bei Roaches Mal schauen wie das hier so läuft Gut, der war auch bei Roaches Das heißt, ich bin schon mal nicht auf einem schlechten Weg Ähm Ich mache mal das Roach Upgrade Das wir schneller sind und Warte mal schon Ist viel zu Das ist total ätzend Das muss ich halt ein bisschen näher so schauen Okay, der hat nur Roaches Hier hat ein paar Gate Units Oh Okay, kann ich eigentlich Oh, kann man auch Hotkeys setzen Das ist nur mal so eine Kann ich sogar Okay, cool So, äh Was mache ich jetzt das nächstes? Ich mache, glaube ich, gleich mal Tier 2 Jetzt habe ich ein paar Roaches und eine Queen Die hier müssen verteidigen Wir sollten, glaube ich, auch immer schauen, dass wir über der Mitte sind Dann, dann kriegt man Booms Income Hier kommen meine Einer hinten Wow, was ist denn jetzt los? Okay, die Push Ja, aber Aber ich glaube, so Roaches Joach Ah, das ist ein bisschen Ja, oder was? Okay Unsere Streitkräfte werden angegriffen Äh... Lecker? Metamorphose abgeschlossen Ah, gut Joach Unsere Streitkräfte werden angegriffen Ui Joach Ich habe auch Lecker Ich habe auch Lecker Ich weiß es nicht, weil ich bin gerade Er ist, glaube ich, nicht allzu gebildet Ähm Sonst würde wir Call of Duty spielen und kein StarCraft Nein, ich pass mal Ich habe Bildtree Okay Wir brauchen mehr Mineralien Okay Gut, dann haben wir Einmal Zweimal Und dann gleich nochmal So, weil wir ein bisschen Geld haben Hier habe ich noch zwei Ich habe jetzt noch einen Timer Wie ich sehe, das sind die vorher bei Und dann vielleicht auch noch eine Chancel Hier haben wir ja schon Probleme mit Bio Scheiße Jetzt noch immer F2 Und jetzt noch mal F3 So Und hier habe ich ja so das So auf eins, ne? Wir brauchen mehr Mineralien Hehe Das kostet sogar Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich mache einfach mal das Upgrade. Ähm... Ich mache noch mal ein paar Hydras. Okay, jetzt pushen wir hier vor. Wollen wir dafür die blöde Kamera schicken? Wollen wir... 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 Okay. Okay, jetzt mache es Roach. Also, ich baue einen Locker, denn ich denke, das ist nicht ganz für schlecht. Ich werde gleich noch etwas auf Hydras. Schauen wir mal, was eigentlich mein Teammate hier macht. Der hat auch Lock gebaut. Queens, eine Evo Chamber. Äh... Evolution, ich weiß nicht. Äh... Ich weiß nicht. Ah, Overseer könnte es sein, ja. 18 Overseer ist es. Okay. Okay. Hier ist natürlich ein paar... Weinen werden jetzt nicht schlecht. Okay. Aber ich habe keinen Overseer, das ist... Jetzt habe ich einen Lag. Ich hoffe, ich bin's nicht. Okay. 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 Come on. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah, Overseer, glaube ich. Ja, schlecht. Okay, der Anti-Arm corrupt, einfach gegen die Anti-Arm... Gegen die... Vorrang auszulegen. Ein多ppel Keratin einen 2-3-2-2-3-2-3-4-3-3-3-2-3-3-2-3-3-4-3-4-3-4-3-3-4-3-4-3-3-3-3-3-4-3-4-2-3-4-4-3-3-4-2-2-3-3-4-3-4-4-3-3-2-3-3-4-3-4-3-5-3-4-Y-3-4-3-5-3-4-4-7-3-4-3-4-3-4-3-4-3-5-4-3-3-4-5-4-3-4. Wir müssen uns gleich mal gucken, wir werden mal abonnieren, dann schauen wir auf die Aufgräser. noch das B7 manchmal schon um die windingen, manchmal auch erstmal die Aufgräser. Dann sind wir soeben gut, fülle zu müssen. Einschätzung! äh, ich hab weiter auf die Upgrades 4-3 bei der Mutantio nicht viel zu viel ähm Stamphophil METAMORPHOSE ABGESLOSSEN so äh, gibt's Essen? oh, scheiße äh, egal Unsere Streitkräfte wir haben mehr Mineralien Ich bin nicht rein, ich bin locker aber das wird das wird noch ein Haus äh unsere Streitkräfte wird sie angegriffen abgeschlafen hier haben wir RIP die haben schon rein 啅 Unsere Streitkräfte werden angegriffen ich hab zwar einen ein paar Eickebrass nein äh fast verbaut oh, sie haben nicht verbaut egal Schiss hier geht noch immer mehr Lurk Banshee wird's nicht schlecht Okay Ich bin mit hier weiter Oh Gott Ich bin mit hier Ich bin mit hier Ok, ich bin mit Sklarten Ich bin mit hier He's fast Ich bin mit hier Ich bin mit hier Italien! Wir brauchen mehr Männer! Ja, so wie es aussieht Ok, dann ist ich wohl, äh, ein R-P-Z-P-Z-Saison Oh, Models Wir haben die Catch-Wars zu zerstören Das ist ein schlechtes Scheiß Ok Ich mache ein Scare-Pace Wir brauchen mehr Mineralien So, das ist noch nicht Oh, da ist noch ein Kondom Wir brauchen die Stounds Und Ja Wir müssen auf dem Ground schießen Und weiterhin Power-Up Sonst wird er ja Plus, äh, Oberseher Diesmal Ach, dann Vierer Die Die rupt hier jetzt seine Kills Aber die muss Alle Trinken Nicht Stimmig Und jetzt auf墓lort Aber, ok, wir haben hier Missія Wir haben die Wir haben die Wir haben nur noch 2 von Damage Was ist das? Ja, 1 zu 1, das heißt wir haben auch noch 2 zu 1 zu 1 Ich bin jetzt gleich durchgeschnitten Ich muss hier gleich die Loppe draus machen Geht nur alles hin Geht durch Ich weiß nicht, wie das die Chee ist Ich glaube nicht, wie das die Chee ist Nichts, wir brauchen mehr Wir brauchen mehr Wollen wir gleich nochmal, seine Cropped Die haben schon 2 zu 2 auf der Seite Also 4 zu 3 ist nicht Ok, zum Beispiel jetzt nächstes Welche ganzen Cropped da Die ist nicht so gut Die ist nicht so gut Was ist das? Ja, ich muss gar nichts markieren. Ich glaube nicht. Das ist super mehr damage. Auch da hinten. So, hier ist mein Strat. Wo ist meine? Hier sind die. wird sich werden angegriffen was sowas ich verpasst wenn ich und dann nicht allzu die sind heute ist der schotzen gewonnen und auch wenn ich nicht kommentiert hat vielleicht die so sind gar nicht schlecht die überragend dann so sehen bis nächstes mal